Egal, gut. Ich weiß wirklich nicht mehr, wo mein Satz geendet ist. Mach nicht so, als würde dir das nicht gefallen. Oh mein Gott, Wallah, das... Reicht! Und links, rechts in deine Stresse. Reicht, reicht leider gar nicht. Merkst du selber, ne? Oh mein Gott, was ist das hier? Ich dachte, er macht so... Für mich ist der Charakter. Er macht einfach sowas! Wallah, wo bringt die mich hier rein? Was ist das denn für eine dämliche Aussage? Okay, Siss, hier hörst du. Also Breitenberg hat dir vertraut, sonst hätte er die Information nicht angenommen. Wer ist da?